Ich muss ja zu meiner Schande sagen, als Französin, als die doch irgendwie 24 Jahre in Wien gelebt hat, das ist das erste Mal, dass ich hier bin, in diesen Räumlichkeiten. Und es ist wunderschön. Also es ist wirklich der perfekte Rahmen für mein französisches Debüt, würde ich sagen. Und einmal die Show, mal wieder von der anderen Seite zu sehen, das ist das, worauf ich mich heute am meisten freue. Die erfinden die Ästhetis, sie erfinden den Charme und drehen das wieder um. Und das ist das Geniale. Sie sind in der Lage, als eine Frau die Haare kurz zu schneiden, sie in ein Männerheim zu stecken, was sie dazu raushänden und trotzdem wird es weiblich. Sie sind in der Lage, Frauen in Anzügen zu stecken und trotzdem wird es weiblich. Wenn wir das im Augenblick, hört man mir. Wollt man das wirklich sehen? Ich muss jetzt sagen, ich bin ja schon froh, dass mein 60er-Jahr-Anzug häufig zugeht. Gibt es den 36, 38 und so auch? Also in der französischen Mode ist sie meistens sehr, ja.